Hi und herzlich willkommen zum Review des Crease Flip Covers für das Samsung Galaxy Tab S7 FE. Ich habe mich entschieden, dafür ein kurzes Review zu machen, da ich finde, man kann Amazon-Bewertungen inzwischen einfach nicht mehr trauen und dementsprechend wollte ich meine Meinung zu dieser Hülle mit euch teilen. Zur Hülle selbst, bei mir ist die graue Vorderseite, graue Rückseite. Das ist so ein Textilstoff auf Vorder- und Rückseite. Funktional bringen sie mit sich, dass man den Stift innen drin verstauen kann, an der Seite, wo er auch magnetisch hält. Man kann ihn auch an der Rückseite, wo er beim Tab S7 FE magnetisch hält, anhaften. Das hält auch wunderbar. Ansonsten kann man die Hülle einmal in einem recht flachen Winkel aufstellen oder aber in einem recht steilen Winkel aufstellen. Das hält beides ziemlich gut. Außerdem kann man die Hülle auch flach liegend auf dem Tisch legen und so auch bequem mit dem Stift auf dem Tablet schreiben. Ansonsten ist die Innenseite der Tablet-Hülle mit einer Mikrofaser überzogen, also die Seite, wo aufs Display kommt, sodass ans Display keine Kratzerweite herankommen und das Tablet verfügt über die Sleep- und Wake-Funktion mit dieser Hülle. Das heißt, beim Aufklappen wird das Display angeschaltet und beim Zuklappen wird das Gerät dementsprechend auch wieder gesperrt. Ansonsten haben wir ganz normal lauter Leistertasten und Ausschalttaste durchgeführt. Das funktioniert wunderbar und es gibt keine Probleme beim Betätigen der Tasten. Außerdem findet man oben bei den lauter Leistertasten noch so ein rundes Loch. Das passt zufällig genau der S-Pen, sodass man ihn da eben auch reinstecken kann und dann startet er nach oben raus, wenn man ihn mal kurz nicht braucht. Soviel zu den Eigenschaften. Nun zu meinen Eindrücken. Und zwar hat die Hülle zwei größere Probleme. Zum einen an der Außenseite. Wenn man da das Tablet in die Hülle tut und man hält es an der Seite oben fest, am Rand oben fest, wo eben die Tasten sind, lauter, leiser und ein-aus, dann passiert es öfters mal, dass das Tablet aus der Hülle rausrutscht. Das kommt einfach daher, da die Hülle an der Rückseite auch eine Aussparung hat und die Hülle nicht die Steifigkeit hat, die sie eigentlich haben sollte, weshalb dann eben das Tablet aus der Hülle rutschen kann. Das zweite große Problem der Hülle ist, dass der Magnet, der es ermöglicht, dass man das Tablet in verschiedenen Neigungswinkeln aufstellen kann, ziemlich stark ist. Ein Problem ist es deshalb, weil das dazu führt, dass der Stift beim Schreiben auf dem Tablet im unteren Bereich des Displays gestört wird. So wird er etwas abgelenkt und man kann, ich sage mal, im Bereich unten rechts am Display einfach nicht präzise schreiben. Ich habe zunächst gedacht, dass das ein Fehler ist vom Tablet, aber nachdem ich ein Ersatzgerät bekommen habe und festgestellt habe, dass es außerhalb der Hülle nicht auftritt und in der Hülle auftritt, kann man tatsächlich sagen, dass es von der Hülle kommt und das ist einfach ein No-Go für die Hülle. Außerdem ist noch zu erwähnen, dass die Verarbeitung am Tablet ringsherum eher mäßig ist, denn um das ganze Tablet herum finden wir Grate, die vom Informe kommen und ganz extrem sieht man die zum Beispiel an den lauter, leiser Tasten. Ich finde, das kann man akzeptieren für 18 Euro, aber wenn man denkt, dass auch noch Mängel in der Funktion vorhanden sind, geht das in meinen Augen überhaupt nicht. Fazit, in meinen Augen ist das Crease Flip Cover für das Tab S7 FE vollkommen unbrauchbar, da es zum einen das Schreiben auf dem Tablet beeinträchtigt und außerdem ist es unsicher, das Tablet zu tragen, einhändig, weil es eben oben bei den Tasten dazu droht, herauszufallen in manchen Situationen. Und das ist einfach mies. Außerdem ist die Verarbeitung nicht gut. Wenn das der einzige Kritikpunkt wäre, könnte ich darüber hinwegsehen, aber so muss ich sagen, kann ich es nicht empfehlen. Ich verlinke euch jetzt trotzdem unten in der Videobeschreibung, damit ihr wisst, um welches Produkt es sich handelt und wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, könnt ihr euch ja irgendwas anderes nach dem Klick auf den Affiliate-Link bestellen. Wenn ihr mehr über Samsung Tablets wissen wollt, dann schaut auch gerne mal auf meinem Kanal vorbei. Ich hoffe, das war soweit hilfreich für euch. Ihr könnt auch gerne noch bei meinem Review zum Tab S7 FE vorbeischauen, wenn euch das interessiert. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Ciao! Bis zum nächsten Mal.